Musik Mein Gott, das ist mehr! Die Kampagne Make Chocolate Fair macht auf eine unerträgliche Ungerechtigkeit aufmerksam. Denn während die global operierenden großen Schokoladenunternehmen ihre Gewinne seit Jahren stetig steigern, stecken die Produzenten von Kakao, das sind Millionen von Kleinbauern im globalen Süden, vor allem in Westafrika, tief in der Armutsfalle. Ihr Anteil an dem Multi-Milliarden-Dollar-Business mit Schokolade bleibt verschwindend gering. Und das hat heftige Konsequenzen in den Kakao-Anbauregionen. Phänomene wie ausbeuterische Kinderarbeit, Mangelernährung und schwere Umweltschäden sind dort Alltag. Wir von Make Chocolate Fair finden deshalb, dass das Geschäft mit der Armut enden muss. Der Handel mit Kakao muss endlich fairer gestaltet werden. Mehr als 50 zivilgesellschaftliche Organisationen haben sich deswegen hinter der Kampagne versammelt, um Verbraucher zu informieren und die Schokoladenindustrie unter Druck zu setzen. Ein Highlight der Kampagne war 2014 die Schokomobil-Tour. Mit einem umgebauten Truck, dem Schokomobil, sind wir kreuz und quer durch Europa gefahren. Drei Monate lang von Deutschland über Ungarn nach Italien bis nach Finnland und wieder zurück. Mit unseren Partnern haben wir in 30 Städten Veranstaltungen durchgeführt auf 11 verschiedenen Sprachen. Wir hatten neben Infomaterial natürlich auch ganz viele Aktivitäten an Bord. Viel Schokoladiges, Aktionen für Kinder, Flashmobs, Artisten sind aufgetreten und Bands haben bei uns im Spiel. Aber幅 ein 거의 wipe therapist принципraft! J 的 ein 2 5 Uns war aber immer wichtig, deutlich zu machen, dass wir weder Verzicht predigen noch Betroffenheit wollen. Im Gegenteil, wir haben unsere Message mit viel Schokolade und sehr viel Spaß rübergebracht. Es ist aber auch wichtig, dass nicht nur wir als Verbraucher uns bewegen, auch die Schokoladenindustrie muss in die Verantwortung. Die Kampagne Make Chocolate Fair hat deswegen eine Petition aufgesetzt mit vier Forderungen. Ein Einkommen, das ein menschenwürdiges Leben ermöglicht, die Einhaltung von Menschen- und Arbeitsrechten, eine nachhaltige Landwirtschaft und 100% zertifizierten Kakao. Wir haben bereits über 65.000 Unterschriften gesammelt und bis Ende 2015 wollen wir der Schokoladenindustrie über 100.000 Unterschriften präsentieren. Wir würden uns freuen, wenn auch du die Forderungen der Kampagne unterstützen würdest mit deiner Unterschrift. Mach Schokolade Fair! Wir würden uns die Schokolade Fair! Schokolade Fair! Schokolade Anmagerupra Bitschau! Was für die Schokolade ist da etwa! Wir wollen die Schokolade Fair! Wir wollen die Schokolade fair!